Im schönen Berliner Tierpark erobert seit kurzem ein kompaktes Tierbaby die Herzen der Besucher. Gerade mal zwei Wochen ist er alt, der kleine Panzer-Nashorn-Bulle. Und weicht natürlich nicht von Mama Bettys Seite. Reviertierpfleger Mario Hammerschmidt hält Ausschau nach seinem jüngsten Schützling. Komm! Wo ist denn der? Er hat mittlerweile einen Namen. Die Facebook-Fans des Berliner Tierparks haben in der vergangenen Zeit fleißig Vorschläge für den Nashorn-Neuzuwachs eingereicht. Einer der Favoriten war der Name Thanos. Dieser Vorschlag stieß auch bei den Tierpflegern auf Begeisterung. Komm! Thanos bedeutet übrigens der Unsterbliche. Auch bei den Besuchern ist der kleine Nashorn-Bulle jetzt schon unsterblich beliebt. Jetzt können wir am Blick der Besucher erkennen, wo das Nashorn ist ungefähr. Thanos ist das sechste Kind der 20-jährigen Nashorn-Dame Betty. Vater Belur ist bereits stolze 25 Jahre alt. Die beiden Eltern-Nashörner werden nur zu Paarungszwecken zueinander geführt. Doch jetzt führt die Neugier die Nashorn-Mutter zu ihrem Tierpfleger. Natürlich zusammen mit dem jüngsten Sohn. Gleich kommt's. Ich seh schon den Schatten. Nicht erschrecken! Die ursprüngliche Heimat von Panzer-Nashörnern liegt im Nordosten Indiens und in Nepal. Dort sind sie vom Aussterben bedroht. Weltweit leben nur noch weniger als 3000 der Tiere in freier Wildbahn. Die Eltern von Thanos sind Teil eines internationalen Zuchtprogramms, das dem Schutz und der Erhaltung der Panzer-Nashörner dient. Ihr Nachwuchs hat hingegen ganz andere Probleme. Der ist jetzt auch wirklich schon selbstständiger geworden. Auch morgens schmeißen wir die jetzt logischerweise, wenn hier morgens schon zwei Grad sind, in den ersten Wochen nicht sofort raus, wenn wir da sind, sondern warten, bis hier die Sonne rumkommt, weil das ist so die Schattenseite morgens. Und dann duschen wir sie morgens nochmal und machen die Box sauber und alles. Und sein größter Spaß ist jetzt immer in die Nachbarbox zu rennen. Also er kommt quasi in der Duschbox durch die Gitter auf der einen Seite und dann geht er immer rüber, weil er denkt, da wird er nicht abgeduscht. Dann regt sich seine Mutti immer furchtbar auf, dass er zurückkommen soll. Und das findet er mal lustig, sieht man mal richtig, wenn er die Ohren so spielt, so, hm, 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 kannst gar nichts machen, Mutti. Schon niedlich, beißt du mich jetzt? Etwas kann Mutti sehr wohl machen, nämlich einfach weggehen. Sie geht jetzt sogar eine Runde. Wundert mich selber gerade ein bisschen, aber nicht wegrennen. Aber die weißt ja auch, die kommt ja nicht durch. Jetzt geht er mal gucken, oh, die Mutti ist weg. So gerne Thanos seinen Tierpfleger hat, ohne seine Mutter fühlt sich der Kleine immer noch unwohl. Dann hol ich mal einen Wasserschlauch. Das hat Thanos zum Glück nicht gehört. Auf eine Dusche hat das Nashornkind nämlich noch weniger Lust, als auf eine sturmfreie Bude. Zumindest noch. Nur wenige Meter weiter, auch im weitläufigen Revier der Morgazellen, hat sich Nachwuchs eingefunden. Die kleine Amalia ist gerade mal sechs Wochen alt und von ihrer Mutter nicht angenommen worden. Daher übernimmt Reviertierpflegerin Claudia Walter die Aufzucht des Jungtiers. So, ich mache jetzt hier die Milch für unsere kleine Morgazelle. Die trinkt jetzt schon ein bisschen mehr, nicht nur noch 200 Milliliter, sondern fast 500. Wir hätten es ja viel lieber, sie würde mehrere kleine Portionen am Tag trinken. Aber sie ist jetzt mit ihren Schwestern auf der Anlage und das ist viel zu spannend. Und dann sind wir froh, wenn die uns eine große Flasche mal am Tag mit abnimmt. Die haben jetzt inzwischen auch Namen. Sie heißt jetzt Amalia, ihre Schwester heißt Alexia und die andere Schwester heißt Ariane. Jeder, der sich ein bisschen in den Königshäusern auskennt, der weiß, das sind die drei Schwestern vom holländischen König. Also lauter Konzessenen. Und die können dann auf der anderen Seite nämlich mit Letizia und Leonore spielen. Das aber nicht machen. So, fertig. Dann gucken wir mal, wo sie ist. Kommst du zu mir? Nicht weg rein, Mäuschen. Guck mal. Hier. Hier. Ja. Komm mal her. Guck mal hier, dein Fläschchen. Nicht? Komm mal her. Na komm her, du hast doch Hunger. Ziel ist nämlich, dass die eigentlich angerankommen muss. Komm mal her, Mäuschen. Komm. Schnickel. Na komm her, komm. Na komm. Guck mal hier, ich komm zu dir. Na komm. Komm her. Ja, Recken und Strecken. Du komm her, komm. Hier, alles gut. Alles gut. Fein, ne? So. Während Prinzessin Amalia zum Trinken eher überredet werden muss, sorgt ihre Halbschwester bereits ganz für sich selbst. Und jetzt trinkt ihr hier wirklich an einem Zug alles aus. Die Flasche ist völlig platt danach. Aber man muss eben ihr nicht mehr hinterherrennen. Anfangs ist man ja auf allen vielen hinterhergekrochen, weil man wollte, nun komm doch mal bitte her, trink doch mal. Aber da wollte sie lieber immer spielen, ne, mit deinen Schwestern. Du hast ja völlig vergessen, dass du Hunger haben könntest. Amalias Schwestern trinken stets bei der Mutter. Sofern die in der richtigen Stimmung dafür ist. Wenn nicht, gibt's ja immer noch leckeres, frisches Gras. Du, mein Arm ist nicht länger, du musst schon herkommen. Nee. Aber immerhin, 400. Irgendwann wird's bloß noch abends und morgens eine Flasche geben. Man sieht natürlich deutlich, dass sie etwas kleiner ist, aber das sind bei künstlichen Aufzuchten so. Aber sie lernt natürlich auch alles von den Morgazellen, wenn man sie eben bei der Gruppe lässt und sie nicht eben rausnimmt. Mit nach Hause nehmen ist sowieso ein bisschen schwierig, aber sie lernt alles. Sie lernt alles, wie man sich unterhält, wie man sich verhalten muss. Und sie hat eben Spielkameraden. Morgazellen sind etwas ganz Besonderes. In freier Wildbahn waren sie fast ausgestorben. Aber einzelne Zoos bemühen sich um die Züchtung und Arterhaltung der seltenen Tiere. Das Aquarium des Berliner Zoos. Hier gibt es im Insektarium äußerst exotische Tiere zu bestaunen, wie zum Beispiel den Rosenkäfer, der ursprünglich in den Tropen beheimatet ist. Tierpfleger Shahin Tavangari beschäftigt sich seit Längerem mit der Züchtung exotischer Käfer. Eine anspruchsvolle Aufgabe. Hier müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Also hier, der ist intakt. So soll das aussehen. Und hier haben wir noch ein Engerling. Was ich jetzt hier im Grunde genommen mache, ist halt, dass ich regelmäßig kontrolliere, wie sieht das Substrat aus. Zum einen, um halt zu schauen, ob da noch alle Bestandteile drin sind, die die Engerlinge brauchen. Oder ob ich was nachfüttern muss. Und zum anderen eben, um zu schauen, ob hier halt so eine Puppenkocons drin sind, die ich dann absammle und dann speziell unterbringe, damit die ganz in Ruhe schlüpfen können. Als Engerlinge bezeichnet man die Larven der Blattraumkäfer. Das Larvenstadium dieser Insektenart kann mehrere Monate oder sogar Jahre dauern. So, und hier haben wir jetzt ein bisschen speziellere Käfer. Beziehungsweise noch sind es Engerlinge. Die haben wir von einer ehemaligen Kollegin. Also das sind ziemlich große Engerlinge. Also in anderen Kulturen würde man sagen, lecker essen. Die können auch gut zubeißen. Also wenn man sich das hier anschaut, die haben sehr, sehr kräftige Mundwerkzeuge. Da muss man auch ein bisschen aufpassen, wenn der schlechte Laune kriegt. Das zwickt schon ein bisschen. Am Ende des Larvenstadiums steht der ausgewachsene Käfer. Doch zu welcher Unterart dieser Rosenkäfer gehört, ist nicht ganz leicht zu bestimmen. Der ist heute geschlüpft. Ganz frisch. Aber das Problem bei denen ist, es gibt viele Unterarten. Und diese Unterarten können dann auch noch farblich sehr stark variieren. Also es gibt welche, die sind komplett braun. Es gibt welche, die sind komplett grün. Es gibt welche, die sind dann grün und haben dann noch weiße Linien. Und das ist alles eine Unterart. Also man sieht, es ist nicht so einfach. Was jetzt hier ein bisschen weh tut, sind die Krallen, mit denen er sich natürlich gut festhält. Und ansonsten würde er jetzt versuchen, mit seinem Horn so ein bisschen zu boxen. Aber bei dem Horn tut es nicht weh. Da haben wir andere Kandidaten, Hirschkäfer oder sowas. Wenn die den Finger einklemmen können, dann tut es weh. Wenn sie nach langer Zeit geschlüpft sind, erwartet Rosenkäfer kein allzu langes Leben. Es gibt einige größere Rosenkäferarten. Da sind die Larven vier Jahre alt, ehe sie sich verpuppen. Und dann sind sie eben wenige Wochen in Käfer. Und dieses letzte Stadium dient ja nur der Fortpflanzung. Und dann war es das wieder. Ein relativ kurzes Käferleben, aber dafür recht bequem. Im Elefantenhaus des Berliner Tierparks erwartet Panzernashorn Betty und Sohn Thanos eine Dusche. Ich tue hier nur die Mutti. Brauchst dich ja nicht aufregen. Nashorn duschen muss man immer in der Hocke machen. Das geht gar nicht anders. Er wirkt ein bisschen wasserscheu, aber im Buch steht, dass Panzernashorn ist ein Sumpfsbewohner. Ja, Betty. Die brauchen tatsache so ein bisschen Hautpflege. Und das heißt, die werden normalerweise zweimal am Tag geduscht bei uns. Und hat eben neben dem Effekt, dass die Haut da ein bisschen gesund und geschmeidig bleibt. Auch noch den Effekt, dass er, wenn sie von draußen rein kommen, nicht eine Tonne Sand mit reinschleppen und Dreck mit reinschleppen. Und man hat dann morgens der Sache ein bisschen mehr, nicht ganz so viel zu kärschern, als würde man die nicht duschen. Im Gegensatz zu ihrem Sohn Thanos genießt die Nashornmutter das kühle Nass. So, jetzt reicht's. Ich mache hier nochmal kurz zu. Denn für die kleinen Nashornfamilie geht es jetzt in den überdachten Teil ihres Reviers. Tägliche Routine für den Reviertierpfleger Mario Hammerschmidt. Das ist so Grimassens hier, habe ich von meiner Mutter. Schreckliche Angewohnheit. Genauso wie der Wasserschlauch. Zumindest für Thanos. Voll ins Gesicht, immer ruckbar. Betty, komm mal rein, da kommt der hinterhergetrottelt, dein Kind. Ja, Licht ist an. Ja, ja, ich habe Brottenmobier, hau ab. Komm einfach durch. Die Lampe ist an. Doch nicht nur die Lampe stört Betty. Auch mit dem Wasser scheint heute irgendetwas nicht zu stimmen. Die sind auf den Schlauch gelatscht und wundert sich, dass sie so komisch zischt. Kannst du nicht reinkommen, sagst du? Komm, jetzt sei nicht albern. Ja, du bist so eine gute Mutter. Hast du dein Kind vergessen, ganz Blödi? Nee, da kommt's. Na klar, denn wohin die Mutter auch geht, Thanos folgt ihr. Jetzt geht er rein. Das gilt auch für das Gewicht des gerade mal zwei Wochen alten Panzernashornkindes. Ja, der wird auf jeden Fall schon zugenommen. Also normal ist es bei Jungtieren so, dass die bis zu zehn Tagen ja abnehmen und dann sollten sie spätestens wieder ihr Geburtsgewicht haben. Und das hat er auf jeden Fall. Der sieht gesund aus. Der sieht ja auch gefühlt schon doppelt so groß aus, wie er war. Aber wir haben den ja, wir haben den auch nicht gemessen, weil es sind jetzt die ersten Tage, wo der auch herkommt und wo wir den ein bisschen anfassen können. Am Anfang war der doch noch scheu. Doch mittlerweile gewöhnt sich der Kleine an das Leben in der Linnertierpark. Die vom Aussterben gefährdeten Panzernashörner können über 40 Jahre alt werden. Die Zeichen stehen also gut für ein langes Leben des kleinen Thanos an der Seite von Mutter Betty. Auch ein paar Reviere weiter hat sich Nachwuchs eingefunden und der ist gerade mal einen Tag alt. So, werden wir mal nach unserem Baby gucken. Das Baby heißt Brice und ist in Poitou-Eselfohlen. War ja gestern früh die Überraschung. Hat sie ganz alleine ihr Kind gekriegt, ihr allererstes. Nun, Melanie. Sie ist natürlich sehr besorgt und passt auf. Also da müssen wir ein bisschen Obacht geben. Ist gut. Komm, geh mal ein bisschen weiter mit deinem Baby. Brice. Komm. Na komm. Kommt. Fein. Also angedeutet hatte sich die Geburt ja, aber man kann das nicht so genau sagen. Also das schwankt dann immer plus minus drei Wochen, kann das sich hinauszögern oder früher kommen. Dann muss man immer die Kennzeichen an ihrem Körper dann erkennen, wie sie sich entwickelt. Ja, also die Flanken einfallen oder die Beckenbänder erschlaffen. Und das Euter ist ein ganz wichtiger Indikator, ja, wenn man dann damit rechnen kann. Und das schwoll erst so vier Wochen vorher so ein bisschen an und dann wird das ja stetig immer dicker, dicker. Und dann bis in der letzten Woche die Zitzen auch richtig straff sind und prall, ja. Ja. Kaum auf die Welt gekommen, hat Brice sich schnell gut zurechtgefunden. Er wusste auch gleich, wo das Euter ist, die Milchbar. Also da brauchte ich mir keine Sorgen mehr machen. Also war ich überglücklich, dass das so gut geklappt hat. Gestern war er ja noch ganz frisch und ich habe beobachtet, dass er den ganzen Tag auf dem Bein war. Er hat sich gar nicht einmal hingelegt zum Schlafen und sie ist dementsprechend auch nicht zum Fressen gekommen. Und nachmittags hat mir das dann gereicht. Ich dachte, nee, der muss da auch mal schlafen. So kleine Babys müssen ja viel schlafen. Und da habe ich ihn dann hin dirigiert, da zur Futterplattform, wo das ganze Heu liegt. Und habe ihn einfach reingelegt ins Heu. Und da ist er auch liegen geblieben und sie hat dann auch erst mal gleich angefangen zu fressen. Also war ja ein Zeichen, dass sie in Sorge um ihr Fohlen nicht zum Fressen gekommen ist. Ja, nimm mit. Mutter ist eben eine besorgte Mutter, der ihr Baby wichtiger ist als Fressen. Feine. Möchtest du mal was essen? Komm mal mit. Na komm mal mit, hier ist dein Heu. Gucke mal. Darfst du nicht vergessen. Na, Bries. Iss mal was, du brauchst es jetzt. Ja, du musst ja Milch produzieren. Ja, mach mal Fresschen. Ja, bist ja meine Gute. Poitou-Esel verdanken ihren Namen dem Gebiet Poitou im Westen Frankreichs. Sie sind die schwerste Eselrasse der Welt und können über 450 Kilogramm wiegen. Ihr Bestand ist gefährdet. Umso schöner ist die Ankunft von Fohlen-Bries. Auch im Nachttierhaus des Berliner Zoos gibt es seit kurzem einen neuen Bewohner. Im Revier der Wickelbären ist vor sechs Wochen ein Jungtier geboren worden. Die Freude über den Neuankömmling ist groß. Denn der Kleine ist das erste Tierkind in der Gruppe. Besonders Tierpfleger Peter Kalinke schaut häufig nach seinem neuesten Schützling. Da Wickelbären sehr scheue Tiere sind, ist das allerdings nicht immer leicht. Ein kleiner Bestechungsversuch. Wir haben jetzt hier ein sechs Wochen altes Jungtier. Und seit einer Woche ist das Jungtier schon ziemlich aktiv und wechselt von der einen Höhle da hinten hier in die Röhre rein. Und manchmal auch in die große Höhle. Aber ich glaube meistens, wenn wir so ein Schreck gehauen. Komm mal her. Na komm. Lässt du mich da mal reingucken? So, dann machen wir Platz. Gehen wir zur Seite. Ich sehe gar nichts. Boah. Natürlich verstopft es jetzt hier Röhre. Da werde ich wohl mal hinten in die Röhre gucken. Das ist mal von der anderen Seite in der Hoffnung, dass ich dann endlich mal das Jungtier sehe. So, dann machen wir mal Platz. Ich würde mich jetzt gerne mal den Kleinen sehen. Du bist mit denn im Weg. Das kann man raus. Für die filmischen Ambitionen seines Tierpflegers hat dieser Wickelbär offensichtlich nur wenig Begeisterung übrig. Ich glaube, ich kriege sie hier nicht raus. An anderen Tagen hatte Peter Kalinke schon mehr Glück. Das Kleine habe ich schon mal gesehen. Ich habe hier sogar mal Fotos gemacht, wo er komplett mal draußen war. Ich kann ja mal die Bilder zeigen, falls sich irgendjemand dafür interessiert. Da ist er gerade bei seiner Mutter. Das erste Mal, wo er draußen war. Vorher war er wirklich nur in der Höhle. Und da habe ich eigentlich in der Höhle wirklich nur in dieser Schlafposition gesehen. Das war das Einzige, was ich wirklich fast sechs Wochen lang nur gesehen habe. Wenn ein Jungtier was zusammengerollt, liegt und schläft. Na gut, aber ich sage, wir gucken mal hinten in die Höhle. Neuer Versuch. Unter den wachsamen Augen der restlichen Bewohner. Da schläft's. Schlaf der Gerechten. Die Suche hat sich gelohnt. Das Jungtier liegt gesund, aber müde in einer der Schlafboxen. Doch auch wenn Wickelbären älter werden, verbringen sie den Tag zumeist eher gemächlich. Sie sind nachtaktive Tiere, die sich vorzugsweise in den oberen Bereichen von Bäumen aufhalten. Aber in puncto Neugier stehen die Kleinen dem Großen in nichts nach. Außer natürlich, sie sind erst wenige Wochen alt. Dann ist Ausruhen immer noch am wichtigsten. Wir hatten schon mal ein Jungtier, ist aber leider nichts geworden. Und jetzt das zweite Mal und jetzt klappt's, was sehr gut ist. Es freut mich richtig. Wohl auch, weil der begeisterte Hobbyfotograf Peter Kalinke jetzt noch jede Menge schöne Fotos des Tierkinds machen kann. Für heute ist das Shooting aber beendet und der Nachwuchs kann in Ruhe weiterschlafen. Gute Nacht. Nicht weit entfernt im Revier der Wiesente heißt es Essen fassen für Groß und Klein. So, ihr Süßen. Haut rein, Leute. Wobei Klein in diesem Fall auch schon relativ groß ist. Drei Jungtiere bereichern das Gehege der europäischen Bisons. Reviertierpfleger Marco König ist zufrieden. In meiner Zeit, wo ich jetzt hier bin, haben wir eigentlich jedes Jahr Jungtiere bekommen. Und wir haben auch sehr zuverlässige Zuchtkühe, die auch regelmäßig springen. Das war auch vor meiner Zeit schon so. Da haben wir auch eigentlich immer Bisons und Wiesente gezüchtet. Dafür ist Berlin auch bekannt. Und ja, unsere Kühe sind jetzt noch im besten Alter. Deswegen gehe ich davon aus, dass es auch in naher Zukunft so weitergehen wird. Da, wo die Tiere geboren sind, dessen Anfangsbuchstaben tragen sie auch. Das ist der Berthold. Man beachte BE. Rechts neben dem Berthold steht die Becky. Das ist die vom letzten Jahr. Daneben steht die Bedita. Und die Mama von den dreien, das ist die Belinda. Und der Bulle, der heißt Spreethan, der kommt aus Springe. Das ergibt Sinn. Auch im Reich der Bisons sorgt die Bürokratie für eine gewisse Ordnung. Neun Monate hat man eigentlich bei allen Wildrindern, da könnte man dann auch langsam daran denken, das Kalt dann auch mal der Mutter wegzunehmen. Und dass die Mutter sich dann auch auf die neue Geburt vorbereiten kann, weil die steht dann meistens auch unmittelbar an. So, also ungefähr einen Monat, nachdem sie geworfen hat, ist sie nämlich auch schon wieder in Deckbereitschaft für den Bullen. Das heißt, die Zeit, in der sie säugt und in der sie tragt, das überschneidet sich. Und dann sollte man ihr schon noch ein bisschen Zeit gönnen, dass dann das alte Jungtier dann auch mal langsam entwöhnt wird und von ihr ein bisschen Abstand hat. Und dass sie sich dann auf das Neue konzentrieren kann. In Europa leben Wisente nicht mehr in freier Wildbahn, sondern ausschließlich in Zoos oder Nationalparks. Aber ob es überall so gut schmeckt, wie in der deutschen Hauptstadt? Nachschub kommt. Wer weiß. Wenige Meter weiter herrscht Aufregung im Nachttierhaus des Zoos. Genauer gesagt, im Revier der Nachtaffen. Hier lebt seit drei Monaten ein Jungtier, das heute gechippt werden soll. Dafür muss es aber erst einmal eingefangen werden. So. Buck, buck, buck. Ja, siehst du, haben schon alles abgerafft. Jo. Doch wo ist das Tierkind überhaupt? Gut. Hier ist er. Wow. Super. Sehr schön. Auf Anhieb erfolgreich. Na, das Ding hier heute wirklich einfach. Wir haben da schon, weiß ich nicht wie lange, und der ist gleich heute ins Netz gesproken. Also, Glück. Glück für uns. Auch für ihn ist ja auch weniger Stress. Kriegt er oder sie den Chip? Auch das Geheimnis wird gleich gelöst. Ja, hier ist er schon. Prima. Es ging ja schnell. Ja. Okay, dazu ist halt schon mal was vorbereitet. Nicht beißen. So, wir müssen mal sehen. Wo ist es denn hier, Mario? Oh, ja, fein. Oh. Nicht beißen. Zuerst mal gucken wir uns genau. Komm, halt dich mal schön fest. Das schiffen wir nicht so einfach. Das ist ein Männchen. Kann man ganz deutlich sehen. Da. Okay. Warte, ich mach noch meine Hand hier als Schutz. So. Mal eine sehr straffe Haut hier. Ein kleiner Stich und schon ist das Nachtaffen-Jungtier gechippt. Sehr schön. Wir müssen so ein bisschen verschieben gegen den Einstich, weil gerade die Äffchen sind sehr geschickt mit den Fingern und wenn die merken, das stört sie irgendwas, dann popeln sie so lange, dass sie auch manchmal den Chip durchaus durch den Stichkanal wieder rausfummeln können. Ja, das hatten wir sogar schon. Naja. So, und jetzt kriegt er noch eine prophylaktische Wurmenbehandlung. Darf er wieder zurück. Ein letzter kurzer Pieks zum Wohle des Patienten. So. Gut. Sehr schön. Kein Ton. Na, die sind eigentlich recht ruhig, obwohl der ist ja wirklich hier voll entspannt. Also, das sieht ja voll locker aus. Ja, ja. Sehr interessiert an der Umgebung. Dabei ist er eher eigentlich ein Scheuer, was, gegenüber die anderen. Die waren immer, muh, aber süß, oder? Auf jeden Fall. Tschüss. Nun aber möchte das Kleine zurück zu seiner Familie. So, bis jetzt wird es bestimmt recht schnell gehen hier. Boah, komm, locker. Auch im Eselrevier des Zoos gibt es seit kurzem ein neues Gesicht. Jungtier Peppino teilt sich zusammen mit Mutter Heidi und Tante Klara ein Gehege. Die Tierpfleger freuen sich über den Nachwuchs. Guck mal, da steht sie. Ist doch schön, wa? Ja, voll süß. Die Heidi. Die Heidi und der Peppino. Tja, Peppino und die Heidi. Offensichtlich mag da jemand Peppino sehr. Ja, der ist, uh, der hat Kraft. Der hat Kämpfer. Mann, hat der Kraft. Das ist ein Springbock. Springese. Ja, guck mal, Springbock. Ja, ich mach dir nichts. Ich tu dir wirklich nichts. Ist alles schön. Ja, du mit deiner Schaukelese. Wer hat es hier verheirst? Ich war zwei Jahre alt. Da habe ich so was zum Schaukeln. Auf Holz natürlich. Naja. Wir spruchen davon. Genau. Aber der wollte nicht so schön springen. Das ist wirklich... Ja, ich höre schon auf. Die Tante sagte, ich soll das nicht machen. Clara, ich war so schlimm, was ich getan habe. Nö. Doch wie kommt der kleine Peppino eigentlich zu seinem Namen? Peppino aus dem Grunde, weil wir gesagt haben, alle Esel, die geboren werden, müssen ja den Namen, den Buchstaben P als ersten Buchstaben haben. Also von Pico bis Pepe bis Pasodobel haben wir schon fast alle Namen durch. Dann haben wir Peppino genannt, naja. Man muss dem Kind einen Namen geben. Nicht nur die Namensfindung ist eine Wissenschaft für sich. Die Esel sind das auch. Esel kann man nicht berechnen. Die sind manchmal ganz schrecklich anhänglich, dann sind sie wieder nachtragend, sind sie eifersüchtig, dann sind sie beleidigt. Beleidigt, dann, na. Also so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, so Frauen, also es sind ja auch Frauen. Also man muss eigentlich den Bus verstehen. Dann sind sie eigentlich ganz einfach zu nehmen. Da raus, da haben wir den Dinger raus hier heute. Na ja, man findet sich manchmal in so einem Esel wieder. Na ja. So. So. Das reicht, jetzt machen wir weiter. Ja, gute Idee. Du, Kinder, bis mal her. Haben wir unser Bonbon heute? Haben wir euch heute nochmal besucht. Tschüssi. Ganz in der Nähe ist bei Wasserbüffeldame Ophelia heute eine Untersuchung fällig. Na komm, Mäuschen, geh mal raus. Wir gucken mal draußen, was los ist, ha. Hey. Komm mal mit, Mäus, komm. Na komm. Komm mal mit, Süße, komm. So, Mausi. Dann wollen wir mal schauen, hm. Wie geht's dir heute? So. Dann werden wir jetzt mal eine schöne Kontrolle durchführen. Wir erwarten jetzt bei der Ophelia nämlich demnächst ein Kalb. Und da werden wir mal schauen, wie es ihr so geht. Für uns sind da ein paar wichtige Indikatoren, woran wir erkennen, dass es bald so weit sein könnte. Nehmen wir zum einen hier mal die Scham. Das müsste hier richtig geschwollen sein. Und eine leichte Schwellung ist auch schon vorhanden. Man sieht, ihr gefällt die Behandlung. Der Schwanz geht nach oben. Des Weiteren kontrollieren wir hier diese Beckenbänder. Ob die schon schlaff sind. Normalerweise sind die richtig straff und halten hier alles stabil. Wenn die Geburt eingeleitet wird, ein paar Tage davor vielleicht, fangen die Bänder ein, einzufallen. Und es wird hier richtig weich und geschmeidig. Das ist auch bei ihr schon der Fall. So, und dann natürlich zu guter Letzt der Euter. Der Euter ist noch ziemlich schlaff. Aber so ein bisschen prall, so ein bisschen formannehmend ist der Euter schon im Vorfeld. Kriegen wir hier schon ein bisschen. Ja, ein bisschen kommt schon raus. Das ist noch eine durchsichtige Flüssigkeit. Als erstes kommt auch das Cholustrat. Das ist die Erstlingsmilch, die sehr wichtig ist für das Kalb. Die eigentliche Milch kommt wirklich erst, wenn das Kalb schon ein, zwei Tage da ist. Manchmal sogar noch ein bisschen später. Und wir sehen hier, sie ist sehr entspannt. Ihr gefällt die Behandlung. Und das genießt sie dann auch ein bisschen. Das Vertrauensverhältnis zu ihr ist auch enorm. Wir gehen sogar in den Stall rein, wenn das Kalb da ist. Da hat sie gar keine Probleme mit, weil sie uns halt vertraut. So, okay. Bei einem solchen Team kann ja auch gar nichts schief gehen. Im Halbaffenhaus des Berliner Tierparks lebt Diana-Mir-Katze Rea mit ihrer Schwester Xena. Rea ist eine Handaufzucht, weil sie von ihrer Mutter nicht angenommen wurde. Mittlerweile ist sie für die Rückkehr ins Elternhaus eigentlich alt genug. Doch eine Verletzung ihrer Schwester Xena hat dem einen Strich durch die Rechnung gemacht. Da ist er. Zack. Wie du siehst, die Pfote ist wieder okay. Fast. Kurator Dr. Andreas Pauli und Tierpfleger Axel Oberländer sind auf Visite. Ja, ist super. Ist wieder super. Er war und springt wieder schön und toll drum. Macht alles. Bisschen kann man es noch sehen. Xena ist gebissen worden von irgendjemandem. Im Fuß. Ja, die ist frech. Ist frech. Und dann kriegt sie manchmal eine Ab. Das ist jetzt auch nichts Ungewöhnliches in Affengruppen. Tja, wo gehobelt wird? Bissverletzungen sind eigentlich die Hauptkrankheit, wenn überhaupt, unter den Affen. Also haben wir am meisten mit zu tun. Das geht auch um Rangordnung. Wenn die zu frech wird oder sich zu viel wagt, dann schnappen die halt manchmal zu. Manchmal treffen sie dann auch. Um nicht zu sagen, ein Herz und eine Seele. Also ich bin da optimistisch, dass wir die auch mit den Eltern zusammenkriegen. Warum soll das nicht funktionieren? Allzu lange dauern wird es nicht mehr. Dann werden die beiden Töchter wieder mit ihren Eltern vereint sein. Bis dahin heißt es eben, sturmfreie Bude. Während die Besucherschlangen vor dem imposanten Eingang des Berliner Zoos in Malenger werden, besucht Mario Barabas den Zuwachs im Streichelzoo. Na, ihr Kleen? Wie siehst du denn aus? Ist der Sand im Oge? Heißt der Sand im Auge? Ja, dann weg mal zu den Reihen gehen. Hier haben wir unsere... Eigentlich gehören sie ja noch dem Elefantenhaus. Aber die sind ja nicht so im Verpflegen, auch die Tiere von anderen Revieren mit. Zwei Junghengste von Alpakas. Hier ist der Patrick, der ist letztes Jahr im Oktober geboren. Und der, wie heißt der, Pablo, im November. Na ja, kleiner Größenunterschied ist, aber nicht groß. Tja, diese beiden Jungalpaka-Hengste sind jetzt hier im Streichelzoo. Aber gerade wenn Böcke etwas größer wären, sind sie dort dem Althengst im Dorn im Auge. Und da schon wieder neuer Nachwuchs angesagt ist, müssen sie denn die Gruppe verlassen. Dann kommen sie, haben wir schon oft gehabt, hier zum Streichelzoo. Der Vorteil ist erstmal, dass sie hier unter anderen Tieren sind und auch Publikumskontakt haben, was sie im Elefantenhaus nicht hätten. Und wir haben auch mal was anderes dann hier außer unsere Ziegen und Schafe. Also die Besucher füttern sie natürlich aus der Hand mit Pelletsfutter. Zum Anfang sind sie scheu, aber das gibt es nicht ganz schnell, weil sie doch neugierig sind und das Futter verleitet es ja doch dann nach vorne zu kommen. Und ja, dieses Stadium haben sie ja schon längst überwunden. Es ist sehr zutraulich geworden. Normalerweise ist das Fell bei den Alpaka viel länger. War auch dieses Jahr der Schäfer bei denen dran und hat es ein bisschen kurz geschoren. Um die Augen sieht man das natürlich, dass da der Schnitt nicht so wäre, wie sich das vielleicht ne Frau oder unsereins beim Friseur erhoffen würde. Also da würde man ein Signal zurückbekommen, aber das ist ja auch nicht so wichtig. Wichtig ist, dass das lange Fell runterkommt. Na Vroni, du guckst so traurig. Haben wir alle zusammen und Renate ist auch da. Na fein. Renate, komm. Siehst du, reicht für alle. Das ist eigentlich nur gut, wenn Tiere sich genauso wie der Mensch an andere Mitbewohner gewöhnen. So verlieren sie die Angst und die Scheu und die tun sich gegenseitig nichts. Sind ja keine Raubtiere. Obwohl, manchmal ein bisschen verfressen, die Kannibalen sind so schon. War? Hast du mal verloren. Hier, nimm du das. Na? Ne? Ohne Eigen, weil es im Sand lag. Nimmst du dir das? Gut. Doch nicht nur Mario Barabas begeistert sich für den Nachwuchs. You don't bite? No, no, no. No, no, no. Jetzt gebe ich ihm ein bisschen Futter. Und den Algen. Bleiben. Hör mal so. Spaß für Tier und Mensch. Ja, wenn man lacht, ist schon gut. Ein Fotoshooting im Streichelzoo. Auch das gehört zum Tierleben. Tja, es ist immer wieder schön zu sehen, was für ein Spaßfaktor ist. Für viele auch ungewohnt, dass ein Tier, so ein Tier aus der Hand frisst. Aber genau das soll ja hier im Streichelzoo auch erreicht werden. Dass die Tiere, dass Menschen an Tiere rankommen, die sie sonst nur von Fernsehen aussehen oder von einer, ja, vielleicht mal einer Wildbahn, von weiter Entfernung. Aber so lernen die Menschen auch, wie ungefährlich es sein kann oder wie schnell Kontakt dargestellt wird. Ins Halbaffenhaus des Berliner Tierparks ist eine Brüllaffenfamilie eingezogen. Inklusive ihres nur wenige Wochen alten Babys. Brüllaffen zählen zu den größten Neuweltaffen und gelten als relativ bequem und langsam. Kurator Dr. Andreas Pauli und Tierpfleger Nils Frankenfeld wollen heute schauen, ob sich die Neuankömmlinge bereits gut eingelebt haben. Und natürlich, wie es dem Jungtier geht. Das Jungtier ist jetzt schon von der Mutter unten, ne? Ist es unten? Ja, ja. Tatsache. Sollen wir es erstmal, ja. Das habe ich jetzt auch noch nicht gesehen. Das Jungtier ist jetzt ungefähr einen Monat alt. Und ist eigentlich der erste rote Brüllaffe, der in Berlin groß wird jetzt. Und der Gesamtbestand von roten Brüllaffen ist in Europa, es sind 24 Tiere momentan. Also schon was Seltenes. Kein Wunder also, dass die Brüllaffenfamilie besondere Aufmerksamkeit auf sich zieht. Bislang allerdings, überraschenderweise, nur selten durch lautes Brüllen. Die Weibchen habe ich persönlich noch nie brüllen gehört. So ganz leicht, naja. Brüllen kann man es nicht bezeichnen. Er hat das am Anfang auch nicht gemacht. Er war so ein Händfling, als wir ihn bekommen haben 2013. Der hat sich ganz schön rausgemacht, der Taima. Und wenn der losliegt, ist es schon ganz schön laut, ne. Wenn der mal den Kopf streckt, dann sieht man das hier. Das ist ja dieser, das Zungenbein und der Kehlkopf. Die sind ja extrem aufgebläht und verknöchert bei denen. Und das ist dieses Resonanzorgan, das die haben, ne. Wenn man das jetzt von hier aus sieht, da sehen Sie schon, dass das ein Brüllaffe ist, einfach am Hals, ne. Der hat hier schon so eine dicke Kehle, der Kleine. Oder die Kleine, wie auch immer. Das sieht man eigentlich ganz gut jetzt. Das Geschlecht des Jungtiers ist noch unklar. Könnten Menschen sein, ne. Ich sag ja, das sind Menschen. Das ist auch ganz schwierig bei denen zu sehen. Das muss man aufwarten. Muss man schon in der Hand haben dann. Bis zur endgültigen Bestimmung des Geschlechts bleibt das Baby bei seinen Eltern. Und wird ja vielleicht in der Zukunft dafür sorgen, dass noch mehrere kleine Brüllaffenkinder in der deutschen Hauptstadt aufwachsen. Und das ist auch ganz wichtig bei uns. Das ist auch ganz wichtig bei uns, die Verkauf ist. Und das kann man aufwarten.